Ein folgenschwerer Bahnunfall ereignete sich am Mittwochfrüh in Tinnum an dem Bahnübergang im Gewerbegebiet. Zu sieben heute Morgen wurde die Feuerwehr alarmiert, und zwar die Feuerwehren von Tinnum und Westerland. Es ist zu einem Unfall gekommen, ein Kleintransporter ist mit einem Güterzug zusammengestoßen. Das Gleis führt vom Westerländer Bahnhof ins Gewerbegebiet und dient ausschließlich dem gewerblichen Transport. Der Triebwagen befand sich auf einer Rangierfahrt, der Mercedes-Benz-Fahrer verstarb später in der Klinik, der Lokomotivführer wurde schwer verletzt.